Sie sind ab sofort verpflichtet, in dieser Haftanstalt an Resozialisierungsmaßnahmen teilzunehmen. Ein paar sitzen noch, kriegen aber Freigang und ein paar sind auf Bewährung draußen. Wenn ihr glaubt, dass das hier Tanzstunden sind, habt ihr was grundlegend missverstanden. Wie gut ihr tanzen könnt, ist mir scheißegal. Mich interessiert, wer ist bereit, seine Geschichte zu erzählen? Bitte. Vor denen tanze ich nicht. Oh, ein Sensibelchen. Entweder du machst mit oder du gehst. Integration. Das Programm bedeutet einen Tag, Freigang die Woche. Was ihr euch fragen solltet, seid ihr dumm genug, die Chance hier zu verpassen? Was machst du eigentlich, wenn du hier rauskommst? Seit ich mich erinnern kann, habe ich immer nur eins gewollt. Fliegen. Du musst nicht tanzen, wenn du nicht willst. Aber fühlen musst du es irgendwann. Zusammen entsteht etwas, das ist größer als die Summe der einzelnen Teile. Ey, das ist es. Das ist die Chance zu zeigen, dass wir zusammen doch was gebacken kriegen. Seid ihr bereit? Lara! Das bin ich hot auf uns. Es geht um dieses Gefühl. Nichts hält mich zurück. Ich fliege.